Dieser Tanz zu dem Song Jump ist super schwierig. Ich bin aber überzeugt davon, dass wenn ich ihn euch in 10 Minuten beibringe, dass ihr ihn auf jeden Fall auch hinbekommt. Was geht ab? Mein Name ist Jazz. Ich bin ebenso schon hier noch als Tanzlehrerin tätig und wenn du keine ausführlichen Tutorials mehr verpassen möchtest, mach auf jeden Fall das Plus weg. Wir starten mit den Armen. Zuallererst machen wir ein X. Das öffnen wir. Jetzt rollt sich die rechte Hand hoch, hoch und legt sich auf den linken ab. Füße öffnen sich, zack, zack, easy peasy. Von hier drehe ich mich nach links rüber und das rechte Bein knickt so ein bisschen ein. Wichtig, auf dem rechten Bein ist nicht so viel Gewicht, weil ich muss jetzt mit rechts an links ranschließen. Hier darf auch kein Gewicht drauf sein, weil wir müssen gleich hier weiter, dazu aber später. Zusammengesetzt. Ich öffne, mach ein X, her, rolle die Hand hoch, zack, zack und ran. Nice one. Denkt dran, rechter Fuß kein Gewicht, denn ich bin jetzt nämlich hier, auf und zu. Mein rechtes Bein geht also wieder zurück zur ursprünglichen Stelle, zack, links setzt auf und knickt sich dann ein. Noch einmal. Ich bin hier angekommen, zack, rechts, links, knickt. Nice one. Meine Hände sind hier, die kommen jetzt hier an die Hüfte. Ich drücke meine Brust einmal raus und wieder rein. Von der Seite ist es das. Zack, zack. Das passiert, wenn ich den Fuß raus und rein ziehe. Zack, zack, zack. Noch einmal langsam. Wir sind hier angekommen. Zack, wupp, wupp. Noch einmal von vorne. Sechs, sieben und they never had a pretty girl und zack, zack. Füße. Füße. Sechs, sieben und auf, auf, ran und her, chop, chop. Nice one. Zusammen noch einmal mit den Armen, dann machen wir weiter. Sechs, sieben, acht. They never had a pretty. Run und bum, bum. Hier angekommen, gehe ich jetzt mit links auf die Stelle von rechts und rechts geht weiter. Zack, zack. Ihr merkt, mein Bein ist ja hier, Hacke oben. Mein Fuß hat die Hacke oben. Oh mein Gott. Ja, zack, zack. Und jetzt wechsle ich und jetzt ist hier die Hacke oben, bei rechts. Ich bin also hier rausgekommen. Bumm, bumm. Von hier ziehe ich meine Arme raus, genauso wie das Bein, weil ich will mich jetzt hier rumdrehen. Ihr holt also von hier Schwung, damit ihr euch hier reindrehen könnt. Was meine Arme machen, ist von hier, zack, zack, hoch, ausholen und jetzt mache ich das. Wumm, zack. Ich wechsle also, rechts ist ausgestreckt, links ist angewinkelt und ich mache eigentlich nur das. Zack, 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 ne? Ja, nur dass ich das so ein bisschen flüssiger in der Drehung mache. Wir sind also hier, zack, zack und her. Jetzt drehe ich mich rum, wumm. Dann bin ich hier und rechts ist immer noch Hacke oben. Rechts hat immer noch die Hacke oben. Was ist denn los heute mit meinem Deutsch? So, wir sind hier. Zack, zack. Und hier, jetzt drehe ich mich auf links, rechts, 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 zieht mit und ich bin hier. Jetzt mache ich dreimal mein Popo hoch, hoch, hoch. Wir machen also eigentlich das, ja, mal so richtig hässlich gesagt. Dabei ist ganz wichtig, das ist einfach nur Übungssache, ist auch nicht mein Lieblingsschritt, ich kann das nicht so gut mit diesem Twirky Twirk. Wichtig dabei ist nur, dass ihr tief seid, weil dann könnt ihr euren Popo besser bewegen, als wenn ihr straight seid. Ihr seid also hier ausgekommen, dreimal, bum, 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 bum. Yes? Von vorne, fünf, sechs, sieben und tcha, 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 tcha und raus, raus, wechseln, rum, bum, bum, bum. So, wenn ihr euch dreht, wechselt ihr das Gewicht auch von rechts, wieder hier rüber, damit links frei ist, zack, zack, zack. Ihr könnt optimalerweise auf euren Fuß so ein bisschen mitnehmen, dann kommt ihr hier auch ein bisschen schneller weg. So, hier angekommen, wechsle ich das Gewicht, damit ich mit rechts wieder nach vorne kann. Okidoki, ich bin also hier, bounce, 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 rechts nach vorne und dabei öffne ich jetzt meine Beine. Tap, tap, tap. Ich mache wie bei diesem hier. Ok? Dabei wische ich einmal mit meinen Händen entlang und mache hier so eine Autobewegung. Lenklapp. Zack und roll. Hier also angekommen, bounce, bounce, bounce. Ich drehe mich rüber, klack und roll. Beim ersten Öffnen benutze ich also meine Hände. Hände beim zweiten Roll ich. Nice one. Mein rechtes Bein geht weiter. Kick, kick. Einmal nach links, einmal nach rechts. Jetzt setzt rechts, hinter links, damit links hoch gehen kann. Noch einmal. Ich habe rechts, rechts, links, zack. Von vorne. Fünf, sechs, sieben. Und they never had a pretty girl up. Da, 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 boom, boom, boom. I don't trust, no, keine Ahnung. Boom, boom. Herb rüber. Nice. Von hier kommt First Class. Ich mache eine Wellenbewegung. Zack, zack, zack. Das mache ich. Und dann ziehe ich meine Arme einmal hier hin. Und hier hin. Wir kommen also raus. Rechts, rechts. Rüber. Links setzt ab. Jetzt gehe ich mit rechts raus. Gewicht auf links. Damit ich rechts frei habe. Um hier hin zu ziehen. Und hier hin zu ziehen. Ich mache also nichts anderes als einmal so. Und so. Nur, dass ich das Ganze flüssiger aussehen lasse, indem ich tief bleibe und meine Beine mitziehe. Wenn ihr die Arme streckt, ihr könnt die Brust so ein bisschen mit rausnehmen und mit dem Popo arbeiten. Dann sieht das schön aus, als wenn ihr so straight seid. Wum, wum. Wir kommen also aus dem Popo, 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 nach vorne. Klack. Roll. Kick. Kick. Hoch. Absetzen. Welle. Chuck. Chuck. First Class. Get around the world. Wir haben es geschafft. Langsam von vorne. Sechs. Sieben. Acht. X und roll und point und raus, rein, links, rechts, rum, Gewicht verlagern, boom, 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 nach vorne, rechts, Hand, roll, kick, kick, rüber und Welle, zieh, zieh. Sehr geil. Bisschen schneller. Fünf, sechs, sieben und. Cha-da, 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 boom, boom und raus, boom, 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 also Trost, boom, cha-cha-cha, first class und Hand, Hand. Das war es auch schon. Ich hoffe, das konnte helfen. Der Tanz ist wirklich nicht einfach, aber Leute, Übung macht den Meister. Ich glaube an euch, wenn ihr sonst irgendwelche Tutorials haben möchtet, markiert mich sehr gerne ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Dane never had a pretty girl from Joburg to me now, and that's what they prefer. I don't touch no wheel, cause I got a chauffeur, first class, how I get around the world. Dane never had a pretty girl from Joburg to me now, and that's what they prefer. I don't touch no wheel, cause I got a chauffeur, first class, how I get around the world. Just miss me with you.